ist halt immer schwierig soll ich da wiederum so jetzt gehe ich mal ganz weit weg jetzt gehen wir mal ich weiß nicht kann ich hier durch nein ach wir sind schon unten oder was kann ich hier durch ja was ist denn das hier okay ist cool ja aber man kann nicht runter man kann nur rauf was will ich den oben so schnell bevor er mich sieht das ist ein guter sucher muss irgendwo finden wo mich niemals findet aber jetzt bin ich wieder runtergefallen jetzt aber hier ist ja nix doch du kannst du hier durch jetzt dürfen wir wieder nicht bewegen sonst hat er mir gleich wieder vier minuten können lang sein was steht denn hier ich gebe dir mal ein tipp da steht auf dem blatt consumer spending da kann man sich ja nicht verstecken hier ist doch doof naja vielleicht hier so aber das sieht er dich doch ja das sieht er mich gleich das doch hier kann man sich nicht verstecken kann ich hier ein bisschen so runter hast du das gesehen hallo sie dürfen gern besorgen hallo hallo sind sie noch da ja und so ein bisschen reden soll ich verstehe ich in der ecke man merkt schon heute ist er müde hallo ich das nächste mal hier kann man sie nicht verstecken kann ich habe gedacht dass irgendwie eine wand oder noch irgendwas seeker wins müsste es so eine kleine belohnung geben so nach 10 20 30 gewinnen immer irgend so eine kleinigkeit wieder die heißluftballons nach oben gehen hier man natürlich heute ist er etwas müde vom vielen so jetzt aber jetzt gehe ich aber ganz schnell so schnell schnell durch die tür und noch längst noch recht was ist denn hier kann ich kann ich kann mich einfach verstecken finde ich aber da habe ich mir ganz kurz was trinken wollen 30 jahren habe ich in ordnung umso besser kann ich mich verstecken weil er sieht mich da nicht ich will ganz nach unten natürlich ganz nach oben aber ich sage einfach ich gehe ganz nach unten na hier ist doch schön hier findet mich der niemals so so schön verstecken so das muss ich mal schauen ob ich das fenster zu gemacht habe jetzt bin ich mal gespannt das kack scheitz verstecke aber besser wie nix ich habe ich wenigstens gleich was zu essen und zu trinken es gibt crispy crisps crisps und es gibt strawberry und dark chocolate okay du bist also in einer küche naja das war vielleicht nur ich kann definitiv sagen das ist keine küche scheiß jetzt schlechte schon wieder bisher ganz nah muss ganz nah nein das war nur ein tonband dass ich aufgestellt habe und so tut als wäre ich da warte mal ja und ich habe eine fantastische aussicht und das ist ein flugzeug wurde wohin fliegen okay du bist ja auf jeden fall in der nähe in der nähe und ganz weit weg naja immerhin zwei minuten 45 habe ich schon geschafft das ist gut ich weiß wenn ich heiler bin was war das gerade ist irgendwas kaputt gegangen die zwei minuten da immerhin 90 sekunden ich kann mir schon mal einen riegel reinziehen hier was steht hier ok crispy crisp banane mhm lecker du bist auf jeden fall in der nähe eines automaten vielleicht vielleicht sage ich das auch nur so als ob du das aus dem kopf weißt freilich ich finde irgendwas ich sehe dein gesicht jetzt hat er mir glaube ich schon er sieht du siehst mich hier ich kann sogar hier rein warte mal gerade konnte ich dich sehen warte mal ich habe dich gerade hier konnte ich durch das stockwerk sehen durch das stockwerk ok ja das ist cool 1,3,3 hast du den stockwerk ja ich hab das gut gemacht so na immerhin hey hey who are you ja ja so ich komme dir so langsam entgegen mhm da gibt es leckere sachen snacks steht da drauf mhm und da ist so eine pizza an der wand die haben eine pizza an die wand gemacht das ist ja unglaublich na jetzt wird es aber Zeit junger man na letzten 63 minuten äh sekunden minuten jetzt 57 ich nähere mich der treppe jetzt aber schnell hurtig hurtig ah ganz unten ganz unten ich bin doch ganz oben noch 42 sekunden ah da kannst du aber auch nicht schleichen hier äh da gab ich von hinten das müsste schon also man kann sich ja fast dann nicht mehr bewegen achso man soll sich wahrscheinlich auch gar nicht bewegen aber bewegen soll sich trotzdem weil sonst schläfst du ein und dann schnarchst du und dann kannst du mich wieder hören das war schön so schön ist das hier das war schön das war schön das war okay announcements ja mal hei Vielen Dank.